Hallöchen ihr Lieben, auf in die nächste Runde im Spoiler-Countdown zum 15.3. zu meinem Release. Und heute schauen wir uns nochmal eine Klappkarte an, denke ich. Genau, lasst uns nochmal eine Klappkarte anschauen und zwar diese hier. Die Make-A-Wish-Klappkarte. So sieht das Ganze aus. Mit dieser süßen kleinen Maus hier. Hier, Sparbetrag von 75 Euro. Auf der Rückseite haben wir wieder den Tracker. Und innen haben wir einmal hier ganz, ganz viele kleine Pusteblumen und Pusteblumensamen zum Abstreichen. Und fünf Pusteblumen nochmal zusätzlich zum Aufrubbeln mit dieser süßen Maus hier. Und ja, wir kennen es ja alle, diese Tradition, sich etwas zu wünschen, wenn man eine Pusteblume pustet und die Samen wegfliegen. Deswegen Make-A-Wish. Und da könnt ihr dann quasi nicht nur euren Wunsch aussprechen, sondern auch gleichzeitig besparen. Denn ja, von Nisch kommt ja Nisch. Hier unten haben wir auch noch dieses hübsche Zitat oder diesen hübschen Spruch, den ich sehr, sehr fassend fand. Das Leben ist wie eine Pusteblume. Wenn die Zeit gekommen ist, muss jeder für sich allein fliegen. Wie war? Genau. Diese Klappkarte. Make-A-Wish. 75 Euro. Und die wird dann auch mit in den Shop einziehen. Und am 15.3. auf spaßangssparenshop.de So, das war schon der nächste Sneak Peek, der nächste Teaser. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann geht es nochmal eine Runde weiter. Und dann geht es nochmal wieder.